Hallo und herzlich Willkommen zu meinem ersten Mal WUW Klassik. Ich bin ein bisschen spät auf der Party, hat ein paar Jahre gedauert. Aber ein alter Schinken kann halt immer noch gut sein. Und ich dachte mir, ich guck mal rein, weil Klassik, also prinzipiell mit WUW habe ich nicht viel gemeinsam zu tun gehabt, weil ich liebe ja MMOs, aber WUW ist immer so an mir vorbei geschlittert, deswegen habe ich null Beholungspunkte damit. Die Story ja, die ist ganz nett, vom Lesen bloß mal, aber zocken, also der früheste Zeitpunkt, wo ich mal WUW gespielt habe, war, ich glaube ich habe mal Account erstellt, A War of the Lich King für, glaube ich, zwei Tage. Das war's. Dann zu Legion habe ich nochmal, glaube ich, zwei Wochen gespielt ungefähr. Irgendwie so und irgendwann habe ich, glaube ich, mich auch noch mal ein, zwei Mal eingeloggt, einfach und naja, also nicht viel. Aber, jetzt ist ja Klassik draußen. Ich bin ja gespannt, wie das ist. Ich darf bestimmt viel cutten. Doktare, Ogare. Ja, das kenne ich. Äh, ja, ich glaube, wer... Gute Lachen. Ach ja, ich dachte mir, ich mache ein Ork. Das ist ja eigentlich, äh, kann ich den mal abklicken irgendwie? Ne. Doch, das ist ganz nett. Ein Orkjäger. Ja. Ich dachte mir, warum nicht? Gesundheit. Für die Horde. Ja, für die Horde. Allianz, wer braucht die schon? Ähm. Ja. Äh, Questlock. Schreckiger Eber getötet. 0 von 10. Ja. Natürlich. Natürlich. Was ist das denn? Kann ich das nicht hier irgendwie angezeigt bekommen? Hahaha. Ich glaube, das ging damals noch nicht, oder? Das ist der motivierter Schuss. Okay. 1 von 10. Ich darf, glaube ich, viel schneiden. Wobei, warum eigentlich? Ja, wobei, ich kann ja mal gucken. Wir sind jetzt bei 3 Minuten 20. Ich habe viel geredet. Mal gucken, wie lange ich brauche, um diese 10 Eber zu töten. Axt hat sich auf 9 verbessert. Axt hat sich auf 10 erhöht. Okay. Oh, skillt man hier durchs Benutzen seiner Waffen und Fähigkeiten. Okay. Macht das dann mehr Schaden oder erhöht das einfach plus die Trefferwahrscheinlichkeit? Verteidigung hat sich erhöht. Na, okay. Das wird schlecht die Trefferwahrscheinlichkeit erhöhen. Ich erhöhe meine Verteidigung. Ich werde auf das getroffen. Haha. Ich glaube nicht. Ähm, genau. Ähm. Wir spielen auf aktuell, ähm, dem Season of Discovery Server. Irgendwie so. Ich bin da. Ja. Keine Ahnung. Es gab nur die Wahl zwischen Classic Era oder Warf of the Lich King. Aber ich wollte eigentlich Classic haben. Und Season of Discovery ist ja... Die Art Weiterentwicklung von dem ursprünglichen Classic irgendwie. Keine Ahnung. Ich bin da komplett raus. Aber ich als MMO-Liebhaber muss wenigstens einmal in meinem Leben... Was ist das denn? Wo ist das Schwein hin? Muss wenigstens einmal in meinem Leben ein WoW Classic gespielt haben. Ja, ich habe keine Ahnung. Es darf mir eigentlich keinem erzählen, aber ich bin locker im fünfstelligen Stundenbereich, nicht, was ich an MMOs gezockt habe. Locker. Naja, ne? Nur wenig. Wir haben zumindest sieben von zehn, ne? Komm, du hast eine dicke Axt, jetzt mach den mal weg da. Bist ein großer, starker Urk, ja? Mit einer fetten Axt. Lass dich von so einem kleinen E-Board da nieder machen, das kann ja eigentlich nicht sein, ne? Ja, sei Legolas als grüner Urk und jetzt BAM! Ja, so funktioniert das, genau. Einer noch. Jetzt fiel aber auch ganz gemütlich, ne? Kommt der jetzt noch einen Schuss abmachen, ne? Dieser Zauber ist noch nicht mehr los. Drei Minuten. Fast exakte drei Minuten habe ich für die Kasse gebraucht. Sag mal, gibt es hier irgendwie? Warte mal. Ich habe mir diese ganzen Namensdinger ausgemacht. Suche ich gerade noch. Steuerung. Schnell plündern. Ich glaube, das ist das, was ich will. Dieses Geklicke geht mir ein bisschen auf den Nerven. War der nicht irgendwo hier? Was ist das denn? Leichter Köscher. Erhöht das Distanzangriffstempo um 10%. Oh. Ich brauche Pfeile? Oh. Blut und Donner. Naja. Donner und Blut. Kraft. Warum habe ich mir nochmal einen Jäger erstellt? Ich bin jetzt in Ehren. Da. Es kommt bei der Schwänze und. Für die Horde. Für die Horde. Äh, hier ist das Packament. Äh. Ich bin jetzt in Ehren. Ich bin jetzt in Ehren. Da. Ich bin jetzt in Ehren. Das ist ja auch in Ehren. Jo Bro, Jäger-Buddy, dann bringen wir was bei. Haltet euch vom Voodoo fern. Gott. Man sieht sich. Gott, ich bin hier gelandet. Alles klar. Findet die verlorene Rune, indem er Skopiten im Teil der Prüfung tötet. Dann die Macht der Rune, dann erstattet den Schadenbericht. Und tschüss. Ja, ciao. Hau's rein. Redet mit mir. Ich wollte noch mal kurz gucken, ob ich noch was lernen kann. Aspekt des Affen, so komme ich mir hier vor. Wildtiere aufspüren, ich habe gar kein Geld. Alter, das stimmt ja mit den Trollen nicht. Töne zwölf üble Familie. Hörger, eure Klinge niemals stumpf sein. Ja, nee, ansonsten habe ich noch zu viel fette Fäuste. Oh, das ist ja eine praktische Korde. Jetzt sehe ich ja gar nichts. Was ist das denn? Oh. Oh. Was ist das denn? Nach Nassus. Na gut, ne? Ich würde jetzt einfach nochmal hier lang gehen. Erstmal husten. Läuft alles? Läuft alles. Perfekt. So, kriege ich diesen Chat hier irgendwie weg. Der nervt mich. Kann man das irgendwie kleiner machen oder? Hoffe ich überhaupt irgendwo hier. Keine Ahnung, wo ich hier bin. Was ist das denn? Skopid-Arbeiter. Komm mal her. Bam. Bam. Und jetzt Axt. Einstellung. Warte mal. Warte mal, das kriegt man alles hin. Das kriegt man alles hin. Kann ich noch ein neues Fenster erstellen? Das machen wir einfach. Das nehmen wir einfach. Bla. Und da kommt einfach nichts. Geil. Und jetzt hier Lego das. Bam. Und noch ein Pfeil. Und. Bam. Axt. Das ist ja ganz schön spannend. Ja. Hat der Delay? Ich hätte schwören können. Ich habe gerade zwei gedrückt. Aber ich wollte es nicht machen. Das ist frech. Ich habe nämlich noch vor. Ja, gerade voll Bock auf M-Nomo ist, ne? Aber gerade noch vor, die Retail, also die aktuelle Version reinzuschauen. Aber ich bin mir noch nicht so sicher, weil ich mit die, wie will ich das jetzt machen? Fange ich da auf von Level 1 an? Oder gleich mit der neuen Erweiterung als Levelgebiet? Also diese Hochstufung. Und dann startet man in, was ist das aktuell? Track and Fly? Hey, 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 hey. Wird nicht vergiftet? Vergiftungsverbot? Ja. Was ist das? Was machen die denn für Gerüche, die Dinge? Das ist ja also. Vergiss das Lego, das ist schneller. Ha! Da schlägt immer noch auf. Hätte mir vielleicht einen Krieg erstellen sollen. Ich glaube, da ist mehr Action los. So. Was ist das denn? Dadurch eine neue Runenschnitzenfähigkeit. Na dann, hau mal rein, das Ding. Okay. Eine struppige Lederweste. Einmal Schuhe. Meine sind aber besser. Ja, ist ja praktisch, ne? Wo ist er? Tötet Sarkot und bringt seine Clow zu Hannah Tua. Okay. Was muss ich dir jetzt noch alles machen? Bei euch muss ich doch noch machen, ne? Ich möchte gerne irgendwie hier was haben. Ach, jetzt wird es mir angezeigt. Hä? Axt auf Kopf. Komm, mach kaputt. Bisschen Org. Ach, Verlafanz. Der ist bereit, wenn ich das sage. Ich merke, ich bin zu ungeduldig für diese Spielreise. Ich muss einfach ruhiger werden. Das ist es bestimmt. Ruhiger werden. Wir sind schon bei 13 Minuten. Ich habe eine Quest geschafft. Ja. Also in der Klassenbeschreibung vom Jäger. Da stand, der kann Tiergefährten haben. Wo ist denn mein Tiergefährten? Was für ein Geräuschkulisse hier. Habe ich jetzt eigentlich, ne, immer noch nicht. Mein Gott. Wenn es so weit geht, habe ich glaube ich keine Pfeile mehr. Was ist das für ein Jäger ohne Pfeile? Das ist eine Schlange. Gibt es eine Schlange, die Orto heißt? Töne. Ich habe noch keine Ahnung. Ja, wir brauchen noch zwei davon. Ja. Ich glaube, ich gehe, ich gehe gleich nochmal zurück. Gucke, ob ich vielleicht bei der netten Trolldame was lernen kann. Fähigkeiten. Für mehr, mehr Auer. Und jetzt hier. Und nochmal. Bam. Geil. Und. Zack. Das kann ich doch nicht wirken. Ich würde schon fragen, wo bleibt hier die Musik? Aber wir haben die Quest immer noch nicht fertig. Echt jetzt. Oh Mann. Jetzt gib mir mal noch so ein... Du machst das kurz, ne? Mächtige Ohrkrieger. Jäger. Audio. Musikstäfe. Ja bitte. Hätte keiner mehr Musik. Mister. Mach das Skopion재ust kind. Natürlich. Da brauchen wir noch ein Skopion. Ähm. Ich glaube, hier ist gerade... Eber. Skopioner. Hüüü. Aha. Da. So, orkischer Legolas, zeig mir deine Skills. Bam. 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 Naja, fast Half-Life. Das war es schon. Dieser Zauber ist noch nicht bereit. Das ist noch Legolas in jungen Jahren. Aha. So, jetzt gehen wir mal zurück. Ich kann noch bestimmt irgendwas für diesen ganzen Schmutter hier verkaufen. Das ist, dich kann man ausrüsten. Ich auch. Käferhauke. Mensch, Mensch, Mensch. Bringt euch zurück nach das Tal der Prüfung. Ich spreche mit einem Gast für deinen anderen Ort, um eure Heimatort zu ändern. Ah. Hier gibt es keinen Schnellreiser. Okay. Mein Gott, bin ich verwöhnt. Oh. Hallo, Wölfchen. Oh, der hat noch eine Aufgabe für mich. Was, was, was? Blödsinn Totschläger des Großknechts an faulen Päons. Bitte was? Kraft. Na ja, gut. Ob das, äh, den, ob das dem Arbeitsschutz gefällt? Keine Ahnung. Tja, ne, ein Ohrklant. Also, kann ich ja nix für. Nur nicht so schüchtern. Haltet euch vom Voodoo fern. Ja. Seid vorsichtig, Mann. Danke, Mann. So. Halt, stopp. Gibt es hier irgendwo einen Händler? Kann ich irgendwas verkaufen? Schamanenlehrerin. Priesterlehrer. Ah, da hat er noch eine Aufgabe. Grüße. Äh. Galgar. Metzger. Ungemischt worden. Was braucht ihr? Zehn Kaktusäpfel. Für die Horn. Äh, ja, für die, äh, für die. Er sucht doch etwas. Was ist das? Ja, die kann ich mir nicht leisten. Stimmt, ich brauche, ja. Verkaufen, verkaufen, verkaufen. Verkaufen, verkaufen. Geben wir mal nochmal Pfeiler. Danke. Frohe Weihnachten. Kann ich mir jetzt bitte. Super, duper Fähigkeiten kaufen. Aspekt des Affen. Ausbilden. Schlangenbiss. Kann ich nicht. Warum nicht? Verdammt, ich habe kein Geld mehr. Alles klar. Ich kann das noch abgeben. Vielleicht habe ich dann genug Geld. Ich fühle mich so arm. Ogar. Was soll man das heißen soll? Keine Ahnung. Ich kenne es einfach bloß aus. Was war's? Ach, komm schon. Okay, ich brauche ein Kaktus, Apfel und muss ein Päon suchen. Wo ist jetzt mein Aspekt des Affen? Die Chance auszuweichen wird um 8% erhöht. Super. Ja, da sehe ich mich ja. Jetzt bin ich ein Affe. Brunnen. Keine. Kann schon was los hier. Lass mir mal meine Äpfel. Das ist doch ein Apfel, ne? Sieht aus wie ein Apfel. Ja. Also nur zum Festzeiten. Wir brauchen jetzt Kaktusäpfel. Hey, da klappt noch meine Äpfel. Ich mache gleich PvP an. Aber er kann ich gar nicht. Das ist ein PvE-Surfer. Ich muss jetzt die Quest nochmal angucken. Wir brauchen Päons, die üble Familiare, Sarkot und Kaktusäpfel. Naja, gut. Äpfel? Check. Familiare? Nicht check. Päons? Auch nicht check. Sarkot? Wer auch immer das ist. 20 Minuten. Schneide ich das oder schneide ich das jetzt nicht? Ich glaube, ich wollte es jetzt nicht schneiden. Ich wollte es ja erstmal Feierabend machen. Für die erste Folge. Deswegen sage ich, ich bedanke mich, dass du gesehen. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Falls euch das Video gefallen hat, ne? Like und alles und so weiter, ne? Ist kostenlos freiwillig? Kostet es nicht. Kostet euch nichts. Aber freut mich. Ansonsten, ähm, bis zum eventuell nächsten Mal. Tschüss.